Am Wochenende bei DRF1, Mikropolis, die neuen Folgen. Adrian Notnagle wurde als eines der letzten Babys der DDR geboren, als Sohn eines US-Amerikaners. Dadurch, dass das problematisch war, für die Familie in der DDR zu leben, sind wir dann, als ich ein paar Monate alt gewesen bin, also ich und meine Schwester, mit unseren Eltern in die USA ausgereist. Inzwischen arbeitet er als persönlicher Assistent in einer Einrichtung für Behinderte. Und da nutzt du halt ja diesen Lightwriter und da komme ich nämlich ins Spiel. Da helfe ich ihm, die Fragen alle einzutippen, damit er die nur noch abrufen braucht. Mikropolis, alle 14 Tage bei DRF1.